Mein Name ist Daniel Dassler. Ich bin deutscher Springreiter. Ich reite seit ich sieben Jahre alt bin. Mir macht es auch wahnsinnig Spaß. Ich arbeite mit Equiline zusammen seit fünf Jahren, habe die Textilien von Equiline und bin sehr, sehr happy darüber. Ich finde diese Textilien von der Qualität her super und deswegen habe ich mich jetzt auch dafür entschieden, die Equiline Sättel zu probieren. Das Gefühl von den Equiline Sätteln hat mich überzeugt vom ersten Tag an, wo ich darauf geritten bin und auch das italienische Design gefällt mir sehr, sehr gut. Der erste Punkt ist natürlich, dass das Equiline der Sattel vom Design her sehr, sehr elegant und sehr schön ist. Ich habe das Modell Major bevorzugt, weil es mir wirklich sehr gut von Anfang an gefallen hat, wo ich es auf dem Foto nur gesehen habe und wo ich den Sattel vor mir hatte, war ich noch mehr begeistert. Dann habe ich den Sattel auch das erste Mal geritten und habe mich sofort sehr, sehr wohl gefühlt da in diesem Sattel. Also ich habe natürlich bei uns im Spitzensport ist natürlich die Absprache mit dem Tierarzt auch schon wichtig und der Tierarzt hat sich den Sattel auch angeschaut von Equiline, aber er war sehr zufrieden und auch der Baum und das Material ist einfach für die Pferde viel besser, wie ich davor hatte den Sattel und das Pferd springt auch viel besser. Ich habe den ersten Equiline Sattel getestet und habe mich sofort wohl gefühlt und ich habe auch gemerkt, dass mein bestes Pferd, wo ich damals den Sattel getestet habe, Conspirid, ist sofort frischer damit gelaufen und hat sich auch wohl dabei gefühlt und war eben viel, viel besser vom Gefühl her und nicht so hart wie der vorige Sattel. Also das Gefühl ist natürlich viel besser. Ich sage das erste Gefühl, wo ich bei einem Equiline Sattel habe oder hatte, ist, dass sie einfach auch weicher sind. Vom Leder her auch ein sehr, sehr hochwertiges Leder und das Gefühl ist natürlich viel, viel, viel besser für den Reiter und auch, man merkt wirklich auch, dass die Pferde viel frischer traben und auch bessere Leistung darauf bringen. Also für mich ist der Service natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das gehört natürlich auch dazu. Gerade im Spitzensport muss man darauf achten, dass die Sattel wirklich auch richtig passen. Und die Firma Equiline hat einen super Service gemacht. Sie waren öfters in meinem Stall und haben wirklich alle Pferde vermessen und auch angeschaut und auch genau auf meinen Sitz geachtet, was für einen Sattel, was für eine Größe ich brauche. Das Team von Equiline hat wirklich auch alle Pferde bei mir angeschaut und auch im Bewegungsablauf, also auch beim Reiten, im Trab oder im Stehen angeschaut, vermessen auch und haben wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auch bei den Pferden, wie die Muskulatur ist und die Anpassung vom Sattel zum Pferd war dadurch einfach ideal. Der wichtige Aspekt ist natürlich bei einem Sattel, dass er natürlich auch passt und auch die Pferde sich natürlich auch wohlfühlen und auch der Reiter. Der Sattel ist natürlich einer der entscheidendsten Punkte, weil er im Grunde das Zwischenstück vom Reiter zu dem Pferd auch ist. Und natürlich ein Sattel ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt auch und deswegen auch sehr, sehr wichtig auch für den Erfolg des Reiters. Das ist natürlich der Sattel und deswegen lege ich da sehr, sehr viel Wert drauf, dass die Sattel auch eben auch gut passen und auch das Pferd sich da eben auch mit Wohlfühl und auch der Reiter. Das ist natürlich der Sattel von der Sattel. Das ist natürlich der Sattel. Das ist natürlich der Sattel. Sattel. Das ist natürlich der Sattel. Bis zum nächsten Mal, da. Vielen Dank.